Aber es ist ja nicht so schlimm, wir lieben uns. Nicht unsere Musik, uns. Hi Leute, wir sind Johannes Oerding und Vincent Weiss und wir spielen heute Finish the Lyrics mit unseren eigenen Hits. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich hoffe, dass du es nie vergisst. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Schritte zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, ich muss was essen gehen. Kann unsere Blabla schon sehen. Kann unsere Zukunft schon sehen. Nicht schlecht. In guten Tagen. Bis nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts. Vielleicht nach vorne noch zu. Oh mein Gott, das ist ja wirklich verarmselig. Sorry, der kriegt so eine... Was denn? Der Ingaard war auch einfach. Viel coolere Songs hatte sie nicht. Du hörst ja meine Musik, ich höre deine nicht. Das ist das Problem. Ey, es wäre schön blöd, nicht am Wunder zu glauben. Es wäre schön blöd, nicht am Wunder zu glauben. Es wäre schön blöd, nicht am Wunder zu riskieren. Ich bin viel zu viel dagegen gestellt. Ich bin viel zu viel dagegen gestellt. Wir wissen eigentlich... Ich muss das nicht überlegen. Wir wissen eigentlich... Nichts ist zu spät. Wir wissen eigentlich... Wie es geht. Wie es nicht geht. Wie es wieder geht. Wie es nicht geht. Ich weiß es leider nicht. Wie es besser geht. Aber das ist auch der Song, das ist der, den ich am wenigsten mag von dir. Dann wird es mir am nächsten Jahr jetzt besser. Man muss ja immer ehrlich sein, wie es besser geht. Welcher ist der Song, den du am wenigsten magst? Von Johannes? Gibt es keinen. Ich brauche was zum Anfassen. Dann kann ich wieder loslassen. Ich will mich nicht mehr anpassen. Ich will mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Ich brauche was zum Anfassen. Dann kann ich wieder loslassen. Ich will mich nicht mehr anpassen. Ich will mein Leben wieder selbst. Freundschaft. Kein Gedicht von Vincent Weiß. Sag es zu. Ich gebe dir mal einen Tipp. Das ist ein Notreim. Es ist nicht ein richtig gut passender Reim an der Stelle. Und ich singe... Ich brauche was zum Anfassen. Dann kann ich wieder loslassen. Ich will mich nicht mehr anpassen. Ich will mein Leben wieder selbst... In die Hand. Naschen. In der Hand haben. In der Hand haben. Eieiei. Das ist aber wirklich... Das ist äh... Ja. Aber es ist doch nicht so schlimm. Wir lieben uns. Nicht unsere Musik. Uns. Wenn wir nicht hier. Gehen zusammen durch alle Zeit. Sauberstehen wir beide bleiben. Wir bleiben bleibt mehr Ruhe. Nicht hier. Boah, da habe ich aber echt Glück gehabt. Das war jetzt... Was ist das noch gekommen? Was ist das noch gekommen bist du? Ja. 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 Wenn sich alles in Kreisen bewegt. Dann gehst du links. Dann geh ich rechts. Und irgendwann mal... Irgendwann... Warte. Gott... Wenn sich alles in Kreisen bewegt. Dann gehst du links. Dann geh ich rechts. Dann geh ich rechts. Und irgendwann... Bis wir uns wiedersehen. Und irgendwann... Kreu... Kreuzen... Bis wir uns wiedersehen. Ey, warte mal. Dann habe ich doch sogar schon mal mit dir zusammen gesungen. Irgendwann... Und irgendwann... Kreuzt. Kreuzt sich der Weg. Ja. Bis wir uns wiedersehen. Eieiei. Leute, danke fürs Zuschauen. Schreibt doch mal in die Kommentare, dass die Batterie bei 5% besteht und Low Battery Anzeige wird geschlossen. Aber wie viele Songs ihr richtig geraten habt und vergesst nicht Dixter Pop zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.